Servus, ich bin der Felix, nicht der Pierre. Ich übernehme heute für ihn, der leider ein bisschen Flugangst hat. Wir besuchen heute Technikon Design, die jetzt seit einem Jahr zur Segular-Gruppe gehören. Und da treffen wir jetzt den Rudi. Der Felix, der Rudi. Servus, grüß dir. Servus, hallo. Da wir seit kurzem ja auch zur Segular-Gruppe gehören, darf ich dir so ein bisschen vorstellen, dahin wo es wirklich interessant ist. Ja, gerne. Okay, Ann, was machst du hier? Wir arbeiten hier an einem X-Giro-Projekt. Eine Sportwagen, natürlich. Und wir entwickeln den Volumen und Proportionen in ADEOS, das ist das selbe. Sag mir, was du möchtest, und ich mache es. Also, wenn das mein Auto wäre? Ja. Könntest du es einen größeren Spoiler machen? Ja, klar. Sie mögen immer größere Spoilers. Ja, ja, ja. Bigger? So, hier haben wir den Lucho. Der Lucho zeigt dir jetzt mal, wie man Felgen auch irgendwie bauen kann in verschiedenen... Hier kann man einen Reifenwechsel am Computer machen. Einen Reifenwechsel am Computer, richtig, ja. Also, der Lucho zeigt dir jetzt mal, das ist Polymodeling, was wir hier sehen. Ja, und das ist quasi immer eine zusammenhängende Fläche, ja, die verändert werden kann. Und... So, hier haben wir den Martin, auch schon lange bei Technikon. Und der Martin ist bei uns verantwortlich für Felgenmodeling. Wir machen ja aus 2D-Skizzen quasi, das zeige ich dir später noch, dann 3D-Modellen, ja, auch schon kurz angerissen, das machen wir auch für Felgen. Und da muss man natürlich dann auch in der Package, also Punkte berücksichtigen, eben, die halt eine Felge beinhalten muss, Stabilität und so weiter, es muss die Bremse frei sein und so weiter und so weiter. Und da ist dann Martin hervorragend drin. Für wen ist die Felge jetzt zum Beispiel? Das darf ich dir nicht verraten. Ui! Ja, aber... Ihr schätzt, das ist ja ein wichtiger Punkt. Genau, das habe ich ganz so gerne zu erzählen. Das ist das wichtigste, wichtigste Objekt im ganzen Haus natürlich hier drin. Ich kann mich auf jeden da drin verlassen, eben, ja. Also, wir sind ein hervorragendes Team. Ja, und da ist natürlich auch ein Freiraum irgendwie, dass man mal irgendwie 10 Minuten Dampf ablassen kann am Grundkicker. Wenn beim Programm wieder was gehunst hat. Und dann sind die Leute, ja, und das ist aber hier eine Umgebung, die ist ja super. Ich will hier auch arbeiten, ja. Da werde ich oft gefragt, wie kommt man dann zu Technikon? Ja, wir haben ein Recruitment, ein ziemlich großes. Also, Technikon hat insgesamt 500 Mitarbeiter in den Büchern aktuell. Ja, wir haben hier an dem Standort ungefähr 40. Ja, und, also, man kann gerne seine Bewerbung an technikondesign.com schicken, ja. Und man braucht normalerweise in unserem Bereich ein abgeschlossenes Designstudium, ja. Oder irgendwelche Qualifikationen, die natürlich halt eben zu dem passen, was wir hier tun. Ja. Also, ich könnte zum Beispiel schon mal nicht anfangen. Ja, um zu brauchen, also, irgendwer, der auch einen guten Witz macht irgendwie, ja. Also, wie seid ihr mit Segula jetzt irgendwie in Verbindung? Wir haben, wir sind jetzt seit Mitte des Jahres auch Teil der Segula-Gruppe. Eine rein designgetriebene Firma. Segula macht sehr viel Engineering und so weiter. Also, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, ja. Und um das Portfolio zu ergänzen, wurde Technikon auch in dieser Gruppe mit aufgenommen. Danke, sehr gut. Was uns natürlich auch sehr freut. Ja. Hier zeige ich dir auch noch was, und zwar sind wir hier in unserem Farbmaterialraum. Die Damen sind gerade im Nachbarzimmer. Da siehst du so ein bisschen auch Studien und so weiter über Farbmaterial. Okay. Da bin ich aber selber gar nicht so aversiert, ja. Deswegen würde ich dich dann bitten, dann stelle ich dir gleich jemand vor. Die wird dir da genau was dazu sagen. Also, was wird hier gemacht? Ist das hier die Leseecke? Sieht so aus, genau. Also, hier ist unser Farbmaterialbereich. Das heißt, wir haben hier jetzt mal was aufgebaut. Das ist ein sogenanntes Moodboard. Sowas machen wir für Kunden, wenn ein neues Projekt reinkommt. Wir beschäftigen uns viel mit Trendresearch. Wir schauen, was die Mode macht, was Produktdesign macht, was die Autoindustrie macht. Und erstellen aus Themen, die wir zusammentragen, die wir als Trend sehen, sowohl in Farbe als auch in Material, ein Moodboard. Alright. Dann zeige ich dir jetzt noch was. Und zwar, das hier ist der Lukas Wochinger. Hallo, servus. Unser Haus-und-Hof-Designer. Ja, der zeigt jetzt mal kurz, was ich selber immer sehr beeindruckend finde, wie man von Hand Skizzen malt. Und er zeichnet meistens am Papier oder auf dem großen iPad. Normalerweise werden immer so schnelle Ideen auf dem Papier gemacht. Und das Ganze wird später halt dann einfach illustriert, letztendlich tatsächlich auf den Back- und Tabletten mit Farben und so weiter. Hast du jetzt Technik und Design gesehen? Ja, sehr toll. Jetzt weißt du, was wir hier tun. Danke dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und dass ich das mal teilen durfte. Und dass jetzt unsere ganzen neuen Kollegen eben auch verstehen, was wir tun. Freue ich mich natürlich, wenn Fragen gestellt werden, dann auch aus der Richtung. Danke, Imso. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Bis dann. Ciao. Servus. Hallo. Ja, hallo. Servus, hallo. Hallo. Ich bin der Felix. Ich bin der Martin. Servus, grüß dich. Du befindest hier jetzt im Hauptquartier von Segola eK-Design Österreich. und Deutschland. Entwicklungsdienstleistungsunternehmen. Und warum, dass du jetzt niemanden siehst und vermehrt verschlossene Türen da sind. Wir sind natürlich in einem Bereich, der sehr unter Verschwiegenheit läuft. Top secret also. Was macht ihr jetzt hier bei eK-Design? Kommen wir mal mit. Das Unternehmen gibt es mittlerweile seit knappe 25 Jahren. Ja. Auf verschiedenen Standorten mit verschiedenen Kompetenzfeldern. Wir sind im Bereich Design, Entwicklung, Produktservice unterwegs. Sind wir eigentlich dafür verantwortlich über den kompletten Produktentstehungsprozess. Okay. Also sprich Design, von der Entwicklung dann Konzeptentwicklung beginnend über Prototypenbau, Serienentwicklung und darüber hinaus supporten wir auch unsere Kunden im Projektmanagement, Qualitätsmanagement in weiterführender Folge. Also komplette Allrounder. Wir sind komplette Allrounder. Gut. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal was an, oder? Hätte ich gesagt. Dann gibt es einen Standort in Köln, die unterschiedliche Kompetenzfelder haben. Ja. Stuttgart hat unter anderem eben den Bereich Extero-Intero mit Mitarbeitern mit jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich. Köln ist im eher Elektronikbereich angesiedelt. Da in München ganz, ganz stark verwurzelt ist das Thema Bordnetz. Also das ist die Elektrik, die Fahrzeugarchitektur und natürlich auch Design-Bereich und Fahrzeug-Maschinenbau-Bereich. Österreich als ebenfalls Teil der EK-Design-Gruppe ist prima auch im Automotive-Bereich, Nutzfahrzeug-Bereich unterwegs. Junge dynamische Techniker anzusprechen, um das Recruiting zu forcieren, damit wir unsere interdisziplinären Teams für den Kunden beziehungsweise in unsere Projektbüros einfach immer wieder sukzessive erweitern können und die Kompetenz ausbauen können. Okay. Durch diese Fusion hat sich eigentlich ergeben, dass wir jetzt keine 430 oder 440 Mitarbeiter sind, sondern weltweit über 11.000 Mitarbeiter auf... Und laufend wachsend wahrscheinlich, oder? Laufend wachsend, ja. Ihr stellt es auch ein. Es ist ja gar kein Lift. Oh ja, aber du brauchst ja ein bisschen Bewegung, oder? Fahrzeug N36 von der MN, zwei Achser. Und in dem Modell sind wir daran, dass wir die gezinierte Handstofftank, genauso wie das Fördermodul, das hier orange, gehighlighted ist, am Rahmen in dem Fahrzeug anbinden unter Berücksichtigung von den ganzen Baugruppen, links und rechts. Was hat das zu bedeuten, die verschiedenen Farben? Das ist es bloß ganz normal aussieht. Das Orange habe ich jetzt gerade angewählt, damit ihr das besser seht. Okay. Und jeder Konstrukteur wählt sich seine Farben aus. Ja, ist ja das schön aus. Ja, das ist so eine Blechkonsole, Blechbiegeteil, was hier konstruiert wird. Man hat natürlich von den ganzen Voraussetzungen, Gewicht, die ganzen G-Kräfte, die wirken im Fahrzeug, und so weiter. Dankeschön. Gut, Christian, Dankeschön. Recht herzlichen Dank dafür. Ja, wenn du irgendwelche Infos noch brauchst, und wenn du Bekannte hast, die eben im Bereich der Technik tätig werden wollen. Ich sag's weiter. Ja. Wir suchen jederzeit fähige Mitarbeiter, gell? Okay. Hat mich gefreut. Super, Dankeschön. Tschüss. Tschau. Servus. So, wir haben jetzt einen kurzen und spannenden Einblick in EK-Design und Technikon-Design bekommen, die jetzt neue Partner von Segola werden. Und ja, diese beiden Filmen werden in nächster Zeit heftig durchstarten, glaube ich. Wir sehen uns bei einer nächsten Episode wieder von Immersion. Bis dahin. Servus. Macht's es gut. Tschau. Tacht. 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 T�. Tacht. 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 Vielen Dank.